Moin Whisky Fans, ich bin Leon von den Malt Mariners und heute stelle ich euch 10 nicht schottische Whiskys vor, die sich als Whisky Geschenk eignen. Ich hatte ja schon ein Video gedreht zum Thema Whisky Geschenke, da spreche ich ausführlich über die verschiedenen Aspekte, worauf man achten kann, was es für verschiedene Varianten gibt, was man alles so verschenken kann. Und da habe ich auch einige an schottischen Whisky Single Malt vorgestellt, die sich super als Geschenk eignen aus meiner Sicht, aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, schaut euch das Video gerne an. Ich hoffe, dass ich daran denke, euch das zu verlinken, damit ihr euch das angucken könnt und mal so einen Input bekommt, worauf man theoretisch achten kann beim Verschenken. Aber jetzt gehen wir einmal direkt zu meinen persönlichen Top 10 Whiskys, die ich verschenkenswürdig finde oder die ich ein gutes Whisky Geschenk finde. Wir starten mal, ich muss mal auf meine Notizen gucken, wir starten mit Starboard und zwar mit dem Starboard Leftfield. Denn das ist aus meiner Sicht ein ziemlich leckerer Whisky aus Australien, der ja ziemlich süffig ist und außerdem halt ein ziemlicher Exote, weil australischer Whisky ist zwar sehr bekannt und berühmt außerhalb von Europa. Also der hat sehr viele Preise gewonnen und hat es auch legendär. Also die Insel Tasmanien zum Beispiel ist so ein bisschen das Eiler von Australien. Und ja, Westward, nee, Quatsch, Westward, Starboard. Es gibt einfach zu viele Wards. Es gibt zu viele Wards, Leute. Starboard ist quasi eine australische Brennerei, die es zu uns geschafft hat. Und dafür, dass es eben ein Whisky ist, der soweit gereist ist, also ein relativ exotischer Whisky, ausgebaut in Rotweinfässern, finde ich den relativ günstig tatsächlich. Also 35 bis 40 Euro kostet die Flasche. Sehr lecker, nicht gefärbt, soweit ich weiß. Und ja, kann man einfach eine coole Story zu erzählen, kann man sagen, hier guck mal, Australien, Kängurus, Koala-Beeren, Whisky. So. Wir haben dazu ein Verkostungsvideo gedreht, also wenn ihr Bock habt, mal unsere Eindrücke über diesen Whisky zu hören, schaut doch einfach mal ins Video rein. Ne? Hilft dem Kanal, hilft euch. Alle haben gewonnen. Wunderbärchen. Schmeckt auch wie Gummibärchen tatsächlich. Wortspielen nicht geplant. Gut, war es die Nummer zwei. Skripte, Skripte, Skripte. Ich habe mir das so alles aufgeschrieben. Man müsste halt einfach auch mal auf seine Sachen sich angucken. Genau. Es gibt eine Brennerei in Frankreich, von der ich ein ganz, ganz großer Fan bin. Die da heißt Armourique, also beziehungsweise der Whisky heißt Armourique. Armourique Single Malt. Die Brennerei heißt Warengem oder Warenhem. Warengem? Warengem, glaube ich. Und die machen einen sehr leckeren Single Malt, der vom Charakter tatsächlich relativ nah am Scotch-Whisky dran ist. Also so ein bisschen apfelfruchtig, bisschen maritim, bisschen Salz. Und von der Brennerei kann ich euch tatsächlich, ja, ziemlich die Standarderfüllung empfehlen. Die kosten auch alle so um die 35 Euro. Da gibt es den Sherry Cast. Den finde ich sehr, sehr lecker. Fruchtig, mit einem leichten maritimen Touch. Und wenn ihr eher so Bock, also weniger Bock auf Sherry habt, dann holt euch zum Beispiel den Classic. Der ist gereift in Ex-Bourbon-Fässern und in Virgin-Oak-Fässern aus Frankreich, glaube ich tatsächlich. Also interessanter Whisky, auch recht günstig, finde ich, wie gesagt. Und für das Geld lohnt es sich definitiv. Mittlerweile hat die Brennerei sogar einen 10 und einen 15 Jahre alten auf den Markt gebracht. Den 10 Jahre alten, den habe ich sogar hier. Den werde ich bei Zeit mal aufmachen, hoffentlich. Und irgendwann mal mit Paddy verkosten. Genau. Nummer zwei, Frankreich. Lecker Whisky aus der Bretagne. Und wirklich eine Empfehlung. Wir haben dazu auch schon Whisky, wir haben da schon Videos zu gedreht, glaube ich. Könnt ihr mal nachgucken. Wenn ich genug Platz zum Verlinken habe, verlinke ich die Videos. Nummer drei. Genau. Immer wieder ein sehr, sehr cooler Whisky, wenn ihr einen japanischen Whisky verschenken wollt. Ich bin ja ein großer Fan der Firma Nika. Und Nika hat tatsächlich zwei Abfüllungen am Markt, die ich immer noch nach wie vor super gut finde. Ich drehe mich einmal um. Und greife in mein Regal. Denn da stehen immer zwei Flaschen. Nämlich der Miyagikyo und der Yoshi Single Malt. Das sind zwei No Age Statement Abfüllungen. Also beide haben keine Altersangabe. Stammen aus den beiden Single Malt Distillerien von Nika. Der Miyagikyo eher so auf der fruchtig-würzigen Toffee Seite. Der Yoshi hat auch leichte Raucharomen. Der erinnert so ein bisschen an Campbelltown Whisky. Also so ein bisschen maritim. Bisschen Rauch, bisschen Malz, bisschen geröstetes Getreide. Sehr, sehr lecker. Beide wirklich gut. Liegen mittlerweile so um die 60, 65 Euro, meine ich. Also bis 70 Euro würde ich, glaube ich, noch gehen. Finde ich tatsächlich aber deswegen als Geschenk einfach ganz cool. Weil die halt einfach diese japanischen Symbole auch drauf haben. Und es macht halt irgendwie auch optisch so ein bisschen was her. Wenn man wirklich mal was verschenken möchte. Was sozusagen auch wirklich sagt, hey guck mal hier, cool japanischer Whisky. Dann haben die auf jeden Fall was zu bieten. Die schmecken sehr gut. Die haben wirklich eine tolle Aromenfracht, eine tolle Aromenvielfalt. Und machen optisch irgendwie auch was her. Finde ich ganz cool. Also der Exotenfaktor ist bei den beiden aus meiner Sicht auf jeden Fall gegeben. Und nachdem japanischer Whisky auch einfach so einen riesigen Hive losgetreten hat in den letzten Jahren, ja, ist es halt irgendwie auch ganz cool mal einen japanischen Whisky zu verschenken. Und der macht sich irgendwie auch ganz früh im Regal, glaube ich. Aber er schmeckt eben auch super. So. Yo. Yoshi Miyagi Kyo. Das war Platz Nummer 3. Das war jetzt quasi, das war jetzt der Platz Nummer 3. Ich fasse die beiden aber zusammen als einen Platz, damit wir genug Platz haben, um alle 10 Plätze reinzubekommen. Denn ich möchte euch natürlich verschiedene Länder vorstellen und verschiedene spannende Whiskys. Es gibt ja so viele interessante Whiskys auf der Welt. Gehen wir einmal rüber nach Irland. Denn in Irland gibt es auch einen Whisky, den ich persönlich super, super lecker finde. Und sehr spannend. Und auch hier habe ich zwei Whiskys für euch. Auf dem einen Platz reingesneakt. Also reingeschmuggelt. Nämlich zum einen den Red Breast 12 Jahre. Das ist ein Single Pot Still Whisky. Das ist quasi eine eigene Whisky-Sorte, die es nur in Irland gibt. Aus dem Teil gemälzter, ungemälzter Gerste. Schmeckt richtig gut. Hat sehr viele süße Aromen. Das ist so ein Whisky, der springt immer für mich so Kokos, süßer Kokos und Toffee aus der Flasche, aus dem Glas. Da müssen wir ja direkt mal reinorgeln. Aber wir müssen ja noch reden. Das ist auf jeden Fall wirklich ein ganz toller Whisky. Den finde ich sehr, sehr gut. Der kostet immer so um die 40 Euro, die Flasche ungefähr. Und damit machst du eigentlich nichts verkehrt. Keine Spur Rauch. Sehr süß, sehr süffig, sehr angenehm. 40 Volumenprozente. Perfekter Sommer Whisky. Und auch für Einsteiger sehr gut geeignet. Also was hatten wir am Anfang? Den Left Field ist auch ein toller Einsteiger Whisky. Und der Red Breast 12 Jahre ist für mich auch ein ganz toller Whisky, um Leute ranzuholen an das Thema Whisky. Um sie so ein bisschen anzufüttern, sage ich mal. Also dass man wirklich mal jemanden, der noch kein Whisky getrunken hat bisher, was relativ Mildes mal zeigt. Wer aber Bock hat auf diesen Whisky und es ein bisschen kräftiger mag oder auch schon ein bisschen Erfahrung hat mit hochprozentigeren Whiskys, dem empfehle ich den Red Breast Cask Sprint. Das ist eine absolute Granate. Der hat auch zwölf Jahre. Ich finde es tatsächlich ziemlich krass, dass die das Age Statement hier nicht groß draufschreiben. Das wird in einer kleinen Schrift draufgeschrieben. Aber das ist eine absolute Wucht. Das ist das Ganze quasi hochgedreht. Und den kann ich euch wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, dass wir dazu bald zeitnah mal ein Video drehen können. Denn das ist eine absolute Wucht. Also wer Irish Whisky mal probieren möchte auf Speed sozusagen. That's your Whisky. Das ist ein richtig cooles Ding. Kann ich absolut empfehlen. Red Breast zwölf Jahre Single Pot Still Whisky in Fassstärke. Der kommt immer im Jahr raus. Batchweise glaube ich. Das ist jetzt gerade das Batch mit den 56,3 Volumenprozente. Also das ist wirklich eine Wucht. Das ist... Ja, hätte ich direkt Bock. Habe ich direkt Bock. Red Breast. Gute Marke. Leckerer Whisky. Kann ich nur empfehlen. Äh, so. Ja, wir machen einen Schwenk rüber nach Amerikanien. Und zwar zum Eagle Rare. Das ist ein Whisky, den habe ich jetzt glaube ich schon gefühlt in jedem zweiten Video einmal vorgestellt. Und angepriesen und gelobhündet. Äh, das ist einfach ein wahnsinnig guter Preis-Leistungs-Bourbon. Der kostet immer so zwischen 35 und 40 Euro. Aus meiner Sicht ist der ehrlich gesagt bis 50 Euro sein Geld wert. Der ist sehr mild. Der ist sehr komplex und rund. Der hat sehr viele süße Aromen von Sägespänen, Honig, Toffee, Röstnoten. Das ist ein unfassbar guter Whisky. Und einen 10 Jahre alten Bourbon kriegt man auch nicht so ganz häufig für das Geld. Also Eagle Rare kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und gerade wenn ihr mal jemanden habt, der noch nicht so viel Bourbon getrunken hat, den ihr mal ein bisschen an das Thema heranführen wollt. Eagle Rare. Absolute Empfehlung. Macht man auch mit dem Preis nicht viel verkehrt. Und der hat glaube ich, der hat 45 Volumenprozente. Genau, 45. Ist also sozusagen so in der, ja, Midrange-Bereich. Also ist nicht ein super, super milder Whisky. Also keine 40 Volumenprozente. Also 40 Volumenprozente Bourbons, denen fehlen aus meiner Sicht oft so ein bisschen die Tiefe oder die Kräftigkeit, die Wucht von Bourbons. Weil Bourbons haben ja sehr intensive, süße Aromen. Gerade so dieses Thema Vanille und Honig. Die haben ja sehr heftige, teils aggressive Aromen in diesem Bereich. Und die Fassstärken, die sind dann teilweise eben aber auch schon wieder zu heftig für, ja, ich sag mal Neulinge oder für Einsteiger oder eben auch für den Everyday Dram, für den Firearm Whisky. Und der Eagle Rare, der hat aus meiner Sicht da eben die genau richtige Performance. Kann man wunderbar Puh trinken. Einer meiner Lieblings-Sommer-Whiskys tatsächlich. Ja, wir bleiben in Amerika. Ein, auch ebenfalls ein Whisky, den ich eigentlich, den ich einfach mega gut finde und der super zum Verschenken ist aus verschiedensten Gründen, ist der Rittenhouse Rye. Ja, die Flasche ist, wie ihr schon sehen könnt, heiß geliebt. Das ist ein unfassbar leckerer Rye Whisky. Haben wir auch ein Video zugedreht. Ich glaube, wir haben zu fast allen Whiskys hier schon ein Video gedreht. Das ist ein super leckerer Rye Bottle & Bond, also mit 50 Volumenprozenten abgefüllt. Und ja, Straight Rye Whisky, also nicht gefärbt, so wie jeder Straight Bourbon und jeder Straight Rye, die Originalfarbe haben. Sehr lecker und das Coole an diesem Rye Whisky ist, den kann man pur trinken, Wunderbärchen. Aber man kann damit auch richtig geil Whisky-Cocktails machen. Also ein Old Fashioned oder ein Sazerac zum Beispiel mit einem Rittenhouse Rye kann ich euch nur empfehlen. Googelt einfach mal die Rezepte, haut euch ein Rittenhouse Rye in euren Tumblr, schön ein bisschen mit bittersener Orangenschale und einem dicken Eiswürfel und das ist im Sommer absolute Granate. Also das ist, und der kostet immer so zwischen 20 und 30 Euro. Also das ist auch ein richtig guter Preis-Leistungs-Whisky. Ja, man kriegt einfach richtig viel für sein Geld beim Rittenhouse Rye. Dementsprechend geiles Geschenk. Ja, ich greife wieder hinter mich und wir sind, haben wieder so eine kleine Doppelspitze am Start. Einmal quasi die, ja in Anführungsstrichen, die Einsteiger-Variante, also die für entweder Whisky-Neulinge oder für den Feierabend-Whisky. Da haben wir dann quasi mit 40% sehr mild, sehr süß und sehr fruchtig den Cavallan Concert Master. Ist ein Portwein-Finish, also dementsprechend richtig schöne süße Aromen, Beerenfrüchte, tropische Früchte, sehr typisch für Cavallan. Cavallan hat so eine ganz klassische, hat so ganz viel so tropische Früchte, so Mango-Chutney zum Beispiel habe ich ganz oft bei Cavallan. Und das ist mit, ich glaube der kostet 50 Euro, ist für einen Cavallan auch ein guter Preis. Cavallan ist eine der meist ausgezeichnetsten Brennereien der Welt. Also es gibt kaum eine Brennerei, die so viele Medaillen und Awards nach Hause gefahren hat wie Cavallan. Und das ist dementsprechend auch wirklich ein ganz tolles Geschenk, ein ganz hochwertiger Whisky. Und wer hier noch eine ganz, also wer hier noch noch eine Schippe oben drauf packen will, der kann sich den Cavallan Solist Port holen. Der kostet meistens um die 130 Euro, 120 bis 130 Euro. Ist aber einfach eine absolute Granate, also richtige Bombe. Das ist so ein Whisky-Konzentrat. Also man sieht es auch schon an der Farbe hier. Ich halte es mal gegen unsere Rauchfasertapete. Also das Ding ist einfach eine unglaubliche Wucht. Das ist ein Whisky-Konzentrat, das wirklich seinesgleichen sucht. Eingekochte Früchte, Backpflaumen, Melasse, Sirup. Also das ist, ich glaube, as good as it gets. Also wirklich krasser findet man es, glaube ich, im Port-Fassbereich kaum. Also wer auf Portweinfässer steht, der muss den auch mal probiert haben, unbedingt. Und wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie Bock hat auf Fassstärken, also das Ding hat irgendwie hier 56,3, also der hat richtig Druck. Wenn ihr jemanden kennt, der Bock hat auf Fassstärke, der mit Schärfe auch umgehen kann, der ist auf jeden Fall mit Kavalan sehr, sehr gut aufgehoben, weil das ist wirklich wie so ein richtig geiles, scharfes, gutes Curry. Also das ist, das ist, das ist eine Wucht. Kavalan, beides sehr, sehr gute Abfüllungen. Auf jeden Fall eine Empfehlung und definitiv für Leute, denen ihr einen exotischen Whisky schenken wollt. Ja, wir bleiben bei den Exoten. Also wer noch nie einen indischen Whisky im Glas hatte, coole Story, kann man immer gut erzählen, wenn ihr jemandem einen indischen Whisky schenkt. Kann man immer fragen, was ist die Nation auf der Welt, die den meisten Whisky herstellt und konsumiert? Die allermeisten werden wahrscheinlich sagen, ja, Schottland oder USA. Nein, es sind die Inder. In Indien gibt es tatsächlich relativ viel Whisky, nur das wenigste davon ist für uns als Whisky aber sozusagen kategorisiert, weil wir in Europa ja ziemlich strenge Gesetze haben für den Begriff Whisky. Und zwei Brennereien kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Auch hier habe ich wieder eine Doppelspitze. Ich schummel heute ein bisschen, aber dafür kriegt ihr einfach mehr für euer Geld sozusagen. Einmal die Brennere Amrut. Hier kann ich euch zum Beispiel den Amrut Fusion empfehlen, leicht raurig oder den richtig raurigen. Eigentlich finde ich die beiden schwer raurigen von den beiden am geilsten. Amrut Peated und den Paul John Peated. Sind beide Single Malt Whiskys aus Indien mit schwer rauchigem Malz hergestellt. Richtig, richtig geile Whiskys. Und die sind im Glas blind meistens nicht. Also die meisten Leute würden den wahrscheinlich für ein Eiler Single Malt halten. Damit kann man den Blind Tasting ziemlich gut überraschen. Oder man kann einfach den Whisky schenken und sagen, hier guck mal was richtig Exotisches, was richtig Freakiges. Guck dir doch mal einen indischen Whisky an und kann eben diesen kleinen Funfact dazu erzählen, dass halt die Inder tatsächlich den meisten Whisky auf der Welt herstellen. Wie gesagt, kommt bei uns nicht an. Aber wer das Malt Whisky Yearbook zu Hause hat, der kann reingucken und die ersten vier oder fünf Whiskys, ich glaube die ersten fünf meistverkauftesten Whiskys der Welt, sind indische Whiskys. Richtig abgefahren. Genau, also die rauchige Variante von Paul John heißt Paul John Bold. Das ist quasi die Abfüllung, die ich euch von Paul John empfehlen kann. Wer nur eine leicht rauchige Version möchte, der kann sich den Paul John Edited holen. Auch sehr lecker. Auch ein ziemlich cooles Geschenk finde ich, ist der Kowal Millet. Kowal ist eine kleine Craft Distillery in Chicago, wobei so klein sind sie mittlerweile nicht mehr. Zumindest was ihren Ruf angeht, denn der Herr Birnbecker, der diese Brennerei mit seiner Frau führt, der hat zum einen eine der ersten koscheren Whiskys der Welt hergestellt und zum anderen ist das ja eine der ersten, oder ich glaube der einzige mir bekannte, reine Millet Whisky, also Hirse Whisky. Sehr, sehr abgefahren, sehr speziell, also sehr süß und hat ganz viele so Aromen von so Candice Zucker und so ein bisschen, also eine sehr spezielle Abfüllung. Haben wir auch ein Video zu gedreht, schaut einfach mal rein. Und die machen ganz spannende Whiskys, weil von Kowal könnt ihr sozusagen euch verschiedene Getreidesorten nehmen. Die werden nämlich immer gleich destilliert und in den gleichen großen Fässern gereift. Man könnte jetzt den Rye Whisky von denen daneben stellen und noch den Wheat Whisky von denen daneben stellen und hat dann sozusagen drei Whiskys, die immer gleich hergestellt sind, aber aus verschiedenen Getreidesorten. Und so kann man wunderbar die verschiedenen Getreidesorten vergleichen. Deswegen ist für mich Kowal auch ein ganz toller Whisky. Einfach, weil es auch freaky ist. Koschere Whisky, Hirse Whisky, ist auch aus Bio-Gerste hergestellt und mit nicht genmanipulierten Getreide. Also die achten da sehr auf ihre Herstellungsmethode bei Kowal. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, deswegen finde ich Kowal immer eine spannende Brennerei. Ist ein sehr milder Whisky, 40 Volumenprozente, aber alle anderen Abfüllungen von Kowal kann ich euch auch empfehlen. Also für Fans von amerikanischem Whisky, Kowal, definitiv eine Empfehlung. Und ein cooles Geschenk. Kostet glaube ich immer so zwischen 35 und 40 Euro. Die Flasche ist ein halber Liter. Ist aber auch preislich, ist völlig in Ordnung, finde ich. Ja, und last but not least, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist? Wir gehen in die Nähe von Berlin, nämlich zu Stork Club, beziehungsweise zu den Spreewood Distillers. Wie ihr schon seht, auch hier der Whisky heiß geliebt. Das ist der Stork Club Full Proof Rye Whisky. Das ist ein Roggen-Whisky aus der Nähe von Berlin, aus dem schönen Spreewald. Sehr sympathische Brennerei, sehr sympathische Jungs, die das Ganze machen. Und ein ganz, ganz toller Rye Whisky, der ist nämlich in Rot, also er ist unter anderem in Weinfässern und Cherryfässern gereift, was sehr, sehr unüblich ist für Rye Whisky. Und die Kombination von diesem würzigen Roggen und diesen krassen Wein- und Cherryfässern, die macht daraus einen sehr, sehr spannenden und sehr einzigartigen Whisky. Auch Thema Exotenfaktor ziemlich hoch, weil, wie gesagt, Rye Whisky normalerweise in den USA nur in frischen Eichenfässern gereift, in Virgin Oak. Und hier haben wir eben neben den Virgin Oak Fässern auch noch Wein- und Cherryfässer. Das ist eben auch sehr cool. Und damit hat man auch ein ziemlich einzigartiges Produkt. Also der Stork Club Full Proof. Ich würde euch auch die Full Proof-Variante empfehlen mit 55 Volumenprozente. Ebenfalls ein halber Liter. Ist nicht ganz günstig, glaube ich, auch so ein Fuffi ungefähr. Aber ein wirklich toller Whisky und eben auch mal was Deutsches. Mal ein deutscher Whisky. Ist eben auch schön, um mal vielleicht mal so ein bisschen, ja, jemanden abzuholen, der noch keinen deutschen Whisky im Glas hatte. Auf jeden Fall was für die Fraktion, die eher auf Amerikanisch Whisky steht. Also es geht schon eher in die Richtung American Style. Also jetzt die Single Mold Fraktion in Schottland, die könnt ihr damit vielleicht nicht abholen. Aber jemand, der sonst eher so Burban und Rye trinkt, der wird hier definitiv begeistert sein. Und ja, das waren meine Top Ten. Also das waren meine quasi Top Ten. Ein bisschen mehr geworden für Whisky-Geschenke aus, nicht Schottland, also aus der ganzen Welt sozusagen. Whisky-Exoten. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr in die Kommentare haut. Was denn eure, ja, Empfehlungen für Whisky-Geschenke, die sich nicht in Schottland bewegen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in das andere Video reingucken, wo ich über Whisky-Geschenke gesprochen habe und auch schon einige Schottische Whisky-Geschenke vorgestellt habe. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, auf eure Empfehlungen und sag wie immer, bis später. Moin Whisky-Fans, ich bin Leon von den Mold Mariners und heute stelle ich euch 10 Whiskys vor. Also 10, ja, okay. Moin Whisky-Fans, ich bin Leon von den Mold Mariners und heute stelle ich euch 10 Whiskys, also Welt-Whiskys vor. Also nicht schottische Whiskys. Boah, ich muss es nochmal drehen. Sorry, hilft nichts.